hi prater und herzlich willkommen zu diesem neuen video fifa mobile 23 wir spielen heute mal gegen edgari natürlich verlinkt in der beschreibung guckt bei ihm vorbei geiler youtuber herrmann ich warte gerade ist nämlich gerade noch in einem spieler wir spielen heute auch wieder als freundschaftsspiel wie wir schon gegen die gamer post ich hoffe ihr habt es gesehen das video aber gleich sollte er doch wieder reinkommen er hat zurückgeschrieben oder jane annehmen 1 gegen 1 und dann gehen wir ins spiel gegen den guten alten edgari angriff hat er den selben wert es kann sein dass ich mir ein bisschen schwer hier tue das sind die auswärtsfans von mir in der eine ecke gewollt herrmann es stellt gut zu griesmann wieso gehst du raus schlatterberg bleibt doch in deinem ding was macht denn auch schlatterberg das einmal schlatterberg muss eigentlich da sein das ist für schlatterbergs aufgabe das ist für schlatterberg aufgabe nach schlatterberg jawohl ok das ging jetzt wirklich einfach und schick schick doch uri mann uri wieso wieso bleibst du dann auf einmal stehen uri sich das bein raus ja ach herrnandes was machst du wichtig 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 ich hab gar nicht geschossen und herrnandes sind so schlecht ehrlich gewonnen werden früher mal so krass und so also auch in fifa ich meine jetzt nicht und die waren sie natürlich krass oder was das war man bespielt ja noch aber jetzt kriegst man mit der schaden mit der guten flanke könnte was der denn vollgewinn blam mbappé dann ist ori schade 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 kurz gespielt ja oh der war abgefälscht ja ori was war das hey er drückt mich weg er drückt mich weg hey wieso grätscher jetzt ich bin gar nicht auf grätschen gegangen so die letzten 15 minuten jetzt komm noch mal was vorne noch mal was vorne machen mit so mbappé geht doch eigentlich viel mit so mbappé ja wichtig wichtig wieder drei zwei und wieder kurz vor schluss starke spiel wirklich aber ist noch nicht vorbei du hast noch du hast noch komm schild k tiefer horrifying spiel hat spaß gemacht ich war zweimal hinten damit trotzdem wieder gewonnen ist irgendwie immer dasselbe gefühlt ja du hast mir auch schwierigkeiten gemacht auf jeden fall so aber geiles spiel hat spaß gemacht dann würde ich sagen gelassen like und ab oder schaut bei ued karim war geiles spiel und hier ist ein auto wenn ich eins habe aber ich habe keins